Was machst du, wenn deine beste Freundin dich bittet, ihre Trauzeugin zu sein? Du sagst natürlich ja und stehst der Braut tatkräftig zur Seite. Für Laurie ist es allerdings nicht so einfach, Hannah eine gute Trauzeugin zu sein. Hannah kennt ihren Verlobten Adam kaum und die zwei sind durchweg verschieden. Laurie will ihrer besten Freundin aber nicht im Wege stehen, wenn diese ihren Traummann gefunden hat. Eigentlich. Leider entpuppt sich der rebellische und attraktive Adam auch als Lauries Traummann und würde viel besser zu ihr passen. Sei es drum, der Verlobte der besten Freundin ist tabu, wenn er es Laurie nur nicht so schwer machen würde. Warum nur haben Hannah und Adam sich so plötzlich verlobt? Love the Fiancé. Ein Verlobter zum Verlieben. Von C.R. Scott. Gesprochen von Laura Wilmeroth und Uwe Thoma. Erschienen im Mediapaten Verlag. Jetzt auf Audible.